Ja, heute, schauen wir dir mal einen coolen Fall für Overwatch. Mal schauen, was das so geht. Klo. Hm, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. was Was ist das? LOL! LOL! Mäh! 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 This is kinda suspected! Ganz wenig verdächtig, aber ähm, ja. Mäh! Deploying flashbang. Ja, gut. Ähm, irgendwie scheint es nicht Deagle automatisch den Köpfe zu treffen wäre komisch. Ja, haben wir gedacht eine. Hm. Hm. Wie ist das eigentlich? Ein Schitter. Ein Schitter. Amáspücher. Hanverstänger. Hechtbenzeit, Gra Rhodeari. Läiesta. Feuerstbeharks. expos steiger. Daaaah! Ich glaube der hat so eine Trigger-Hilfe mit den Deagles, so ein wenig... Komitier! Hilfe, was es da gibt! Oh Mann, bin ich jetzt wieder müde. Guck, wer da bin ich am Auge? Aber auf jeden Fall kein Wallhack, das... Oh, der ist ja noch schlecht im Ziel. Ja, ja. Ja, ja, komm. Das muss man gar nicht lange überlegen, das ist... Loh, er sieht ihn nicht einmal. Deagles-Skills will ich noch mehr sehen, komm, zeig uns noch ein wenig mehr. Pum, deagel, deagel, komm, nehmen sie die Hand, jawoll. Ja, eb. Das ist irgendwie komisch. Nah! Nah! So offensichtlich. Komm jetzt! Ja, der kommt ins Netz. Der kommt ins Netz. Tralalalala... Schalt sieht man aber die Scheiss nehmen nicht, dann könnte man die auch anders noch stressen gehen. Schau, was macht ihr jetzt echt? Minimiert. Ok, gut, also kleine Sache. Zielhilfe, nein, wichtig. Sichthilfe, nein. Externe Hilfe, ja, das könnte aber sein. Speedtell, nein, das nicht. So. Ja, mein Freund, du wirst hoffentlich gebannt. Ja, peace out. Bis nächstes Mal.